Hallöle und willkommen zu einem neuen Video, in dem wir die interessantesten und informativsten Weltkarten und Statistiken im Fußball anschauen. Vor circa zwei Monaten habe ich die erste Folge dieses Weltkartenformates hochgeladen und da es so gut bei euch ankam, mache ich heute eine Fortsetzung. Los geht's! Die erste Karte zeigt uns, gegen welche Länder die Nationalmannschaft San Marinos mal punkten konnte. Mit Platz 211, den niedrigsten Rang in der FIFA-Fußball-Weltrangliste der Männer, gilt San Marinos Fußballnation als die schlechteste der Welt. Das zeigt sich auch in dieser Statistik. Die sanmarinesische Fußballnationalmannschaft konnte aus 192 Länderspielen nur ein einziges Gewinn und das war ein 1 zu 0 Heimerfolg gegen das Fürstentum Lichtenstein April 2004. Dieses Spiel war jedoch nur ein Freundschaftsspiel und kein Pflichtspiel, weshalb die Fußballnationalmannschaft in der WM, EM-Quali und in der UEFA Nations League noch ohne Sieg war. Unentschieden konnten sie schon des Öfteren spielen, insgesamt 8 Mal und das gegen Nationen wie Lettland, Litauen, Gibraltar und die Türkei. Außerhalb Europas spielte San Marino eher weniger, aber konnte dort einmal unentschieden gegen die Seychellen, San Lucia und den Libanon spielen. In der nächsten Karte sehen wir die 50 US-Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier werden die Vereine abgebildet, dessen Webseite in den USA am häufigsten aufgerufen wird. Neben bekannten Fußballvereinen wie Real Madrid, FC Arsenal, Manchester City und Barca sehen wir auch den AFC Raxham aus der 5. englischen Liga. Der Verein wurde im November 2020 von Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernommen und letztes Jahr im August kam die Welcome to Raxham Dokumentation auf Disney Plus raus. Diese war im US-Bundesstaat Iowa anscheinend so beliebt, sodass man die Vereinswebseite des walisischen Fußballvereins am häufigsten besuchte. Auch kurios ist die Beliebtheit des Hall City FC in Alabama. Hier ist das Ergebnis aber jedoch eher Zufall. In Alabama gibt es eine American Football Mannschaft namens West Alabama Tigers, genauso wie der englische Zweitligist Hall City, dessen Spitzname The Tigers ist. Möchte man die Webseite des American Football Team besuchen und man gibt The Tigers in die Suchleiste ein, ist das erste Suchergebnis nicht die West Alabama Tigers, sondern der englische Fußballverein Hall City FC. Eine weitere Überraschung ist der FC Cincinnati in Kentucky. Hier muss man jedoch wissen, dass die zweite Mannschaft des FC Cincinnati nicht im Bundesstaat Ohio seine Heimstätte hat, sondern NKU Stadium in Kentucky. Auch ist der nächstgrößte Profiverein in der Region der FC Cincinnati, da dieser in der MLS spielt. Andere kuriose Namen wären noch der FC Crystal Palace, der in Colorado eine große Fanbase besitzt, Leeds United in Wyoming und Leicester City in Vermont. Diese Karte hier zeigt die Mitgliedsverbände des Weltfußballverbandes FIFA vor dem Ersten Weltkrieg. Die FIFA ist eine der größten Sportverbände der Welt mit insgesamt 211 nationalen Mitgliedsverbände, obwohl es nur 195 anerkannte Staaten existieren. Zwischen 1904 und 1914 bestand der Fußball-Weltverband nur aus 24 Mitgliedsverbände. Gründungsmitglieder der FIFA waren 1904 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweden und die Schweiz. Auch Spanien war 1904 der FIFA beigetreten, obwohl der spanische Fußballverband erst 1913 gegründet wurde. Deshalb erfolgte der Beitritt damals nicht unter den Fußballverband, sondern unter den heutigen Champions League Rekordsieger Real Madrid. Die FIFA ist in Europa angekommen und verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Erst 1912 mit der FIFA-Mitgliedschaft von Argentinien, Chile und Kanada erweiterte die FIFA ihre Macht weltweit. 1913 traten die Vereinigten Staaten dem Verband bei. Bis auf den Beitritt von Brasilien 1917 pausierte die FIFA während des Ersten Weltkrieges ihre Aufnahme von neuen Mitgliedern. Ein Jahr nach dem Krieg wurde 1919 Serbien in die FIFA aufgenommen. Diese Karte hier zeigt das Gegenteil und zeigt die FIFA-Mitgliedsverbände, die erst nach Beginn der 2000er Jahre der FIFA beigetreten sind. Das älteste Mitglied auf der Karte ist Bhutan, die im Jahr 2000 Mitglied der FIFA wurden. Das buddhistische Königreich Bhutan ist schon seit 1907 als Staat unabhängig und besitzt seit 1983 einen eigenen Fußballverband. Das jüngste Mitglied der FIFA ist der Kosovo und Gibraltar. Über den Status von Kosovo ist bis heute nicht zu 100% geklärt, aber wird vom Großteil der UN-Mitglieder als Staat anerkannt. Auch der Beitritt des britischen Überseegebetes Gibraltar war auch nicht unumstritten. 2014 verweigerte der Weltfußballverband FIFA den Gibraltarischen Fußballverband die Mitgliedschaft, weil dieser kein unabhängiger Staat sei. Nachdem aber Gibraltar vom Internationalen Sportgerichtshof zog und Recht bekam, wurde die britische Halbinsel am 13. Mai 2016 als vollständiges FIFA-Mitglied aufgenommen. Vor den Internationalen Sportgerichtshof ziehen auch die zwei karibischen Inseln Bonaire und Sint Maaten, die aktuell als potenzielle neue FIFA-Mitglieder gelten. Das von der Fläche her größte neue Mitglied ist der Südsudan, die 2011 ihre Unabhängigkeit vom Norden erhalten haben. Zwei weitere Auffälligkeiten sind Südafrika und die zwei Inseln der Karibik, Aruba und Curaçao. Letztere gehören zusammen zum Verband der niederländischen Antillen, da dieser 2010 aufgelist wurde, waren die beiden Inseln als vollwertiges FIFA-Mitglied selbstständig. Die andere Auffälligkeit ist die Republik Südafrika, die 1992 der FIFA beigetreten ist. Der Grund, warum die Republik Südafrika auf der Karte markiert ist, hat mit den Robbeninseln zu tun. Auf dieser Insel ist die Makana Football Association ein tatsächlicher Gefängnis-Fußballverband für politische Gefangene während der Apartheid im Land. 2007 verlieh die FIFA diesen Verband als erste in der Geschichte die FIFA-Ehre-Mitgliedschaft. Die letzte Karte für heute zeigt den ewigen Kampf unter englischsprachigen Fußballfans, ob der Sport Football oder Soccer heißt. Denn während man in der angelsächsischen Sprache Football zu dem Ballsport sagt, sagen die Amerikaner dazu Soccer, da Football-Sportart in den USA schon existiert. Auch in Kanada sagt man dazu Soccer. Nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Ozeanien, Australien, Südafrika, Japan und auch in Europa mit Irland wird Soccer zu Fußball gesagt. Geteilter Meinung ist man auf den Philippinien, dort sagen der Norden des Landes Football und der Süden Soccer. Das hat aber damit eher zu tun, dass die Insel früher sowohl unter spanischer als auch unter US-amerikanischer Herrschaft stand und daher der Unterschied kommt. Die Mehrheit der Welt sagt jedoch die englische, britische, angelsächsische Variante Football, Football oder Fußball. In ganz Lateinamerika, im Norden Afrikas, fast ganz Europas und Asiens und in Ozeanien ein gallisches Dorf namens Neukaledonien. Andere Formen außerhalb von Soccer und Football gibt es auch, wie Sepak, Bolan, Indonesien, das hier in Korea und Calcio in Italien. Und wenn ihr wissen wollt, welche Bezeichnung jetzt die richtige ist, denn dann kann ich euch beruhigen, denn beide Varianten sind korrekt. Soccer wird einfach nur vom englischen Wort Association abgeleitet und bedeutet Fußball nach den modernen Regeln. Football ist einfach nur das Sport und das Sportgerät. Ich hoffe, da waren einige informative und interessante und spannende Karten dabei gewesen. Habt ihr was gelernt? Wenn ja, schreibt dies gerne in Form eines Kommentars in den Kommentarbereich. Wenn ihr den ersten Teil dieses Formates sehen wollt, dann klickt hier in die Endcard. Abonniert mich nicht nur auf YouTube, sondern folgt mir auch auf den anderen Social Media Kanälen, TikTok und Instagram. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war's im Video und ciao. Das war's im Video. Das war's im Video. mm-Ah tension, auch im Video. das war's im Video. Vielen Dank.